Hallo Daniel, wir beherbergen hier bei Pantsch natürlich immer wieder Nachwuchstalente und unter anderem haben wir hier den Daniel sitzen. Daniel Nessler, du bist bei der U18 und wie ich gehört habe auch Kapitän. Genau richtig, also ich spiele jetzt bei der U19 in Leverkusen und bei der U18 der Nationalmannschaft und bei Leverkusen bin ich Kapitän und bei der Nationalmannschaft immer zwischendurch auch immer Kapitän und ich versuche jetzt demnächst ins Profigeschäft einzusteigen. Sehr gut und dann lässt du dich hier bei Pantsch fit machen? Ja auf jeden Fall mit meinem Personal Trainer Momo, der mich wirklich die ganze Zeit jetzt überhaupt mal begleitet hat. Ich habe schon viele Einheiten mit ihm gemacht und das bringt mich hier extrem weiter. Selbst wenn ich von Leverkusen komme, also muss ich hier immer eine Stunde ungefähr hinfahren, aber ich mache das wirklich sehr sehr gerne und das tut meiner Fitness sehr sehr gut. Okay, was erwartest du denn für die Zukunft? Also für die Zukunft erhoffe ich mir natürlich, dass ich hier weiterhin hinkommen kann, weil gerade im Profigeschäft wird es körperlich immer stärker und da muss man versuchen mitzuhalten und deshalb versuche ich hier auch mit Momo an meiner Sprintfähigkeit, an meiner Stabilität zu arbeiten und hier sind einfach die perfekten Gegebenheiten für sowas, um hier zu trainieren. Prima, vielen Dank Daniel. Ja, kein Problem. Wir wünschen dir viel, viel Erfolg, das gesamte Wann stimmt, ja. Dankeschön, vielen Dank.